In der letzten Lektion haben wir uns näher mit dem Begriff der Nachhaltigkeit beschäftigt. Doch welche Ziele wollen wir uns denn jetzt quasi stecken, wenn es in eine nachhaltige Zukunft gehen sollen? In dieser Lektion setzen wir uns dafür mit den 17 Zielen der Vereinten Nationen für eine nachhaltige Entwicklung auseinander. Diese Ziele sind international, aber auch regional, zum Beispiel in Deutschland oder auch zum Beispiel in Hamburg oder München oder Aachen allgemein akzeptiert und sollen uns deswegen als Orientierung dienen. Und wir können daran auch besser verstehen, welchen Beitrag Technologien tatsächlich leisten können, um diese Ziele zu erreichen. Schauen wir uns diese Ziele also jetzt in dieser Lektion an und starten dabei los.